Die Forschungsmission Terrar 1 Die Forschungsoffizier Qbert ist auf der Erde erfolgreich gelandet. Iris, Wasseranalyse und Aufzeichnung. Zeichne auf. Das Wasser hat eine seltsam schwankende Qualität. Viele chemische Komponenten, die untöpisch für natürlich vorkommendes Wasser sind, können gemessen werden. Iris, Berechnung der Restlaufzeit der Erde anhand vorliegender Daten. Anhand vorliegender Messdaten ist die Restlaufzeit der Erde 200 Jahre. 200 Jahre? So wenig! Iris, Rauchanalyse und Aufzeichnen. Zeichne auf. Die Wesen dieses Planeten benötigen das Gasgemisch, das den Planeten umgibt zum Überleben. Dennoch verunreinigen sie genau dieses Gasgemisch mit jeder Menge anderer chemischer Stoffe. Eine wirklich seltsame Vorgehensweise. Iris, wie ist die Restlaufzeit unter Berücksichtigung der aktuellen Daten? Anhand vorliegender Messdaten ist die Restlaufzeit der Erde 50 Jahre. Was? Nein! Iris, Rauchanalyse und Aufzeichnung. Was ist das denn für ein Vogel? Haben Sie ein Problem? Was machen Sie denn da? Sind Sie high? Haben Sie keine Beine? Natürlich habe ich Beine. Da sind auch Füße dran. Damit kann ich auch mal treten. Auch die Fortbewegung wird automatisiert, obwohl die Wesen funktionsfähige Beine haben. Weg da, du Timmis, sonst reich dich platt. Iris, Aufzeichnung. Zeichne auf. Zusätzlich wird auch hier das Gasgemisch, welches zum Überleben notwendig ist, mit Chemikalien belastet. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Hier ist die Aufzeichnung. Offensichtlich werfen die Wesen hier Dinge weg, die noch funktionieren. Die Wissenschaftler vom Radioteleskop Effelsberg haben beobachtet, wie in der Galaxie NGC-233 eine Supernova stattgefunden hat. Die Supernova hat ein schwarzes Loch generiert, welches die gesamte Galaxie ausgelöscht hat. Zum ersten Mal wurde so eine Arzt beobachtet. Iris, nehmen wir Kontakt zu NGC-233 auf. Kein Kontakt möglich. Kein Signal. Das ist doch unmöglich. Völlig unwahrscheinlich. Da ist es ja wahrscheinlicher, von einem dieser autonomen Fortbewegungsmaschinen überfahren zu werden. Wo ist denn noch meine Galaxie? Berückszufolge sterben in diesem Halbjahr 25 Fußgänger als Opfer von Verkehrsunfällen. Da ist es wohl wahrscheinlicher, von einem Alien entführt zu werden. Und nun zum Wetter.